Wenn ihr da seid, dann gibts Gas. Benni, du bist schon wieder da. Okay, ihr seid schon wieder da. Was? Blumis weitergerutscht hab ich gesagt, mehr nicht. Große Hüpfepilze. Oh Gott, ey. Hier ist nix. Doch, da oben. Da oben ist aber was. Hops, hops. Soll ich hier wieder den Kreisel drehen? Hier. Komm ich nach oben? Benni, das ist zu schnell. Nein! Ist das mein Problem? Häng dich halt dran. Ich verpasste die ganze Action da oben. Ah, weiß ich nicht. Bei dem ich kann doch nicht immer irgendwie was ab... Mach doch rechts Klick. Ja, ganz groß. Oh, da kommt ein Monster. Hilfe! Ich rutsche, ich rutsche, ich bin tot. Sehr gut. Dankeschön. Ich glaube wir brauchen deine Fähigkeiten eher bei dem Rädchen hier. Would be my guess. Ah! Wieso gehen wir jetzt so schnell? Woher will ich denn überhaupt hin? Das stimmt nicht, er ist schon hier. Wow, da oben ist ganz viel. Oh Scheiße, ich bin ganz unten. Hilfe. Jetzt bin ich wieder da. So, jetzt hab ich das erstmal frei gemacht da. Reicht das nicht hier springen oder da hochnehmen? Lumi, du festst halt gerade runter. Ja. Ja, Lumi, das ist sehr toll die Planke. Irgendjemand muss halt mal festhalten. Das ist sehr toll die Planke. Also wirklich. Wenn der Felix das Ding festhalten würde, ja, dann könnte ich... Was? Festhalten? Und wenn du dich dranhängst, kannst du das fixieren so ein bisschen, ja. Schon richtig. Ich muss ja an der Ecke dranhängen, aber nicht an irgendeine Stelle. Nicht so. Du musst schon an der Ecke dranhängen und nicht in der Mitte. Ja, wie kann ich denn das... Ziel? Einmal über meine mechanischen Kämpfnisse lustig jetzt. Ziel mit Rechtsklick. Aber ich glaub, der macht halt immer senkrecht, das hat das Problem. Wir müssten rechtzeitig drauf sein, damit wir das ausgleichen. Ui! Ah! Langsam wie die Rätsel hat, bist ein anspruchsvoller. So, halt's mal kurz. Ja, wenn... Okay. Oder Felix, du stellst dir rechts hin. Ne, du... Tu mal, tu mal... Ne, warte mal. Benni, tu mal den Schild machen. Wenn einer rechts ist der andere. Ups, falsche Taste. Ja, so geht's auch. Weil ich hab den Schild. Was ist denn du? Äh. Ich hab's rüber geschafft. Okay, du bist drüben. Aua, au! Reicht's, wenn du drüben bist? Lumi, ich glaub, du kannst drauf springen, wenn du schnell drauf springen musstest... Ja, ne, wo... Ich denk's erst, wenn er drüben ist. Da geht's ja nicht weiter. Doch, geht bestimmt auch drüben weiter. Ah, wir müssen auf jeden Fall da hoch. Wir müssen alle da hoch, weil da sind grad Blätter gekommen. Dann will ich aber da links noch mal gucken, ob's da noch was gibt. Da links und gehst nach rechts. Oh, okay. Ja. Ja, da gab's noch. Ich könnte ja theoretisch schon das nächste Portal freischalten. So, warte mal, wir versuchen jetzt mal hier hochkommen. Ach, da ist er! Entschuldigung, ich hab's ein bisschen zu gut gemeint. Aber du müsstest jetzt theoretisch sogar auf das Blatt hin können. Äh, kann ich nicht. So, wenn ich mich hierhin stelle, jetzt müsstest du eigentlich hoch springen. Spring mal hoch. Und ich geh nach links. Und dann ist es auch... Okay, oder so. Jetzt sind wir beide in der Mitte. Jetzt kannst du vielleicht was da links hin machen, damit wir dann hier rüber... ... da rüber, also damit ich zumindest rüber springen kann. Haha... Zumindest wenn ich da Penny rüber springen kann. Kannst du nichts ziehen? Hast du keinen Haken zu ziehen? Nein, ich hab keinen Haken. Ich hab nur noch einen Enderhaken zum Schwingen. Lass uns mal beide hier in die Mitte draufstellen. Ich würd sagen... Und ich würd sagen... ...moment. Sooo... Und du springst gleich auch mein Schild und direkt rüber. Los! Toll! Ich bin hier oben angekommen. Bin tot. Das hat nicht funktioniert. Oh, warte mal, ich hab ne Idee. Willst du versuchen einzuklemmen oder was? Da sind noch Stacheln. Du könntest da auch ne... Ja, das wäre auch ne Option. Aber die Stacheln funktionieren nicht, kann das sein. Die funktionieren nicht mehr. Ich gleich mal deinen dicken Wanst aus. Hm, komisch. Ne, die Stacheln scheinlich zu funktionieren zum dranhalten. Geh nur mit Holzstacheln anscheinend. Und das Blatt wird zu schwach sein, glaube ich, oder? Ja. Soll ich mich lieber schon mal evakuieren? Ne, ne. Warte mal, Lumi kriegt das irgendwann hin. Das kann ich dabei in den Augen. Hab's. Warte mal, kannst du nicht rüber. Du kannst rüber schweben. Jetzt hättet ihr gerade schon reagieren müssen. Wo Benni das Schild hatte, das war eigentlich perfekt. Da hätte Lumi gleich drauf schweben müssen. Stimmt, ich kann auch rüber schweben und du musst im Flug drauf springen. Das ist die andere Option. Ne, warte mal, das geht auch. Aber dann bin ich halt zu tief, wahrscheinlich. So. Dann trotze ich dich wahrscheinlich runter, ne? Ich würde sagen, du musst, du musst einfach auf mich, dann kannst du mir auch was hinhalten. So. Hab's. Hab's. Spiel zu spät gespürt. Oh, du du so. So, jetzt warte mal. Moment, ich... Jetzt kann ich dir was hinhalten. Joa, perfekt. Endlich hat das Teamwork geklappt hier. Läuft. Irgendwann lernen wir es auch noch. Die Statue sieht ein wenig wie die Frau von Amadeus aus, wenn sie sauer ist. Die Unterhaltung ist gerade bei Jodl über Cider. Ich glaube, du hast recht. Du zockst mit uns. Geh aus Jodl raus. Wuch. Weiß auch, dass jetzt irgendwas Schlimmes wäre. Warte mal, warum... Ich bin für dich, Ben. Wow. Ich bin gestorben. Sehr schön. Moi, ich auch. Sehr schön, Lumi. Benni, und jetzt zurück. Ich vermute mal, ich komme gleich gegnerst, du bist in das... Ja, genau, das Problem. Oh, wow. Hast du ein Glück. Ja, ne, tschüss. Dann wiss ich nicht ein. Das ist irgendwie eine Witzzeit, auf die Felix immer rumrennt. Was? Was Jodl ist. Was soll ich das jetzt erklären, oder? Ne, Lumi hat es gerade schon erklärt. Eine Studenten-App. Also eine Studenten-Community-App. Und das nutzen aber mittlerweile auch sehr viele, die keine Studenten sind. Oder fast nur noch keine. Lumi, ja, Studenten-Scheiße. Ach, Lumi. Wir spielen trotzdem noch weiter. Wir spielen hier kein Hardcore-Trine. Gibt's das? Stimmt, gibt's das irgendjemand, der Hardcore-Trine schüttelt? Boom. Achso, du bist schon wieder tot? Mann, gut. Lumi ist schon wieder tot. Ja, gut. Ich weiß nicht, wie ein gedanklicher Abkarrt. Ähm, Felix, du kannst hier unten nicht rüberschwingen. Nach links. Ich würde fast trotzdem erstmal den nächsten Checkpoint suchen, wenn ich einen finde. Oh Mann, was weiß ich denn was? Na, den nächsten Checkpoint, guck mal. Das ist ja furchtbar, ist das. Wenn, ich brauche deinen schwulen Hammer. Mein schwulen Hammer? Wie hoch ungefähr? Über dich? Ja, so hier. Ach, bin schon wieder da? Ja, das war zu hoch. Also, jetzt muss ich warten, wie es wieder bei mir ist. So, das war zu hoch. Also, du musst hier dazwischen. Perfekt. Du siehst zwar nicht, aber wenn du gesagt, perfekt. Perfekt. Noch irgendwas in der Richtung? Nö, hier ist nix mehr. Hier oben ist noch, glaube ich, was. Ah, cool. Ich kann noch hier hoch. Hopps. Oh, nice. Da waren Sachen, die kannte ich noch nicht. Och, komm schon. Jetzt verknüppel ich euch halt einfach wieder. So. Wir kommen immer zu spät zum Kampf, Lumi, merkst du das? Äh, aber wir, da oben rechts ist doch noch so viel. Ja, wir müssen auch hier links noch das Wasser machen. Ich weiß nicht, was du mit dem Stein willst, aber hier ist noch. Wasser ablenken? Mit dem Stein, na gut. Gibt ja kreative Lösungen für Rätsel, ne? Das funktioniert? Ja, ich mach mal den Rest von dem Rätsel. Den Stein ist weg. Hab das jetzt gereicht? Jawollt. Ja, soll er da? Lass ihn da mal rollen kurz. Oder hebe mal an. Ach, nee, du kannst dann die anheben. Ja, es hat's gereicht. Ja, es wächst. Wenn du nicht ganz einfach auf ihn latschen würdest, dann... Ja, ich sehe ja nix, wenn das da wächst. Dann hätte ich den Stein besser kontrollieren können. Das wollte ich sagen. Huch, hat mit dem Axt nichts das geringste zu tun. Ich glaube, mehr ist hier gar nicht. Ich glaube, es geht rechts oben weiter tatsächlich hier. Ach, da, Essie. Äh. Okay, ich kann mit der Luft die Richtung nicht wechseln. Das ist ja doof. So. Hat's super geklappt, Lummi. Aber wir können doch auch hier so... Bleib mal so, Lummi, das passt schon. Ich hab alles hier oben. Sicher? Ja, hier ist er nix mehr. Danke auf deine Verantwortung. Ja, sowieso. Was ist denn diese Kreaturen? Uh, die Schnecke. Es muss hier etwas im Wasser sein. Oder vielleicht ist es die Erde. Hallo, Schnecke. Ich hoffe, ich weiß, was müssen wir rauszufinden. War hier eigentlich hinter dem Fels was, der zum Rollenbau war? War da schon jemand gucken, oder? Ich hab da war nix. War auch noch nicht drüber. So sieht es mir ruhig aus aus, die massive Wand da rechts. So, okay. Ja, nee, dann... Alles okay. Ich wollte erst bloß nochmal runterloggen. Hammer drauf. Nein, ich glaub, die ist ganz lieb. Ich wollte nicht auf die Schnecke, ich wollte die so Felix. Oh, jetzt hab sie wieder teleportiert. Achtung, ich denk mal, hier wird's wieder gleich. Jetzt war Hugo's. Boom, lass mal hier runtergehen. Wo gehst du denn hin? Äh, ich bin jetzt auf der Leine gelassen hier. Ich kann nämlich nicht gehen mit mir. Hast du denn auf mich? Ähm, ich brauch hier unten eure Hilfe. Leute. Boom. Bin ich ganz sicher, ob ich nicht lieber alleine wäre. Ich komm schon. Weil, wenn ich hier runtergehe, ist Gift. Ich darf irgendwie nicht so tief... Kannst du mir eine Kiste unten hinsetzen, dass ich nicht im Gift lande? Ja, danke. Das ist dir schon klar, dass du hier... So, jetzt musst du, glaub ich, das Luftding von links dorthin machen, damit du das Gift wegpustet. Kann das sein? Also meine Vermutung? Oder nicht? Doch. Nee. Doch, du bist doch jetzt weg, oder? Genau. Kann ich hier benutzen. Jetzt muss Felix nach rechts und sich dann hier hochziehen. Da, über dem... Wo ist die Kiste? Nee, du musst... Ja, die Kiste ist im Weg. Moment. Und du kannst dich hier nach oben ziehen. Nee. Ist mir schon klar, aber ich könnte nie rum. Okay. Ganz sehr gut. Sammelhintergrund. Oh, hübsch. Ist da noch irgendwas? Äh. Ich muss nur mal hier... Da unten sterb ich nur und jetzt muss ich irgendwie wieder nur hier hoch. Äh, Lumi, ich glaub ich brauch wieder deine Hilfe, um hier hochzukommen. Ja, toll. Man kriegst ja gar keine... Ich glaub, du kannst es loslassen tatsächlich. Das müsste so stehen bleiben. Ach so. Solange es zumindest keiner bewegt. Dankeschön. Wieder schönes Teamwork. Ja, siehst du. Wenn ich die Führung übernehme, dann funktioniert das irgendwie. Wir schaffen das. Ich hab sogar die, die, die Dinger hier schon weggetan. Die Spinnen hab ich schon weggejagt. Oh, schau. Ich hab eine Kiste festgehakt. Ja, super. Hier links oben ist noch irgendwas. Ach, da kommen wir nicht durch, ne? Wir müssen hier lang. Da drüben ist halt wirklich was. Ja. Biss mit mir links. Von unten dagegen springen. Das ist übrigens das Unproduktivste bei den Dingern, glaub ich. Ja. Oh. Warum sind sie so hoch? Hier kann man wieder... Hier kannst du wieder dagegen... Hier kannst du wieder dagegen haken. Hier. Domi. Hier. Dagegen haken. Ja. Ah. Dann können wir dann da theoretisch drauf springen, wenn du... Ja, ja, ja. Okay. Warte mal, dann hake ich es noch ein bisschen weg. So. So, da mehr Platz. Moment. Oh. Ich bin zu fett. Jetzt. Ich springe hier oben wie die Decke. Ich hau mir den Kopf ein. Hm. Das darf nicht so hoch sein, tatsächlich. Wir müssen hier. Wir müssen hier. Wir müssen hier erstmal drauf. Ich hau mir sonst den Kopf ein. Sag mal, bitte scheiß Brett. Anders mal jemand kaputt machen. Das Brett? Warum? Ja. Weil ich es nicht hier weg... Ich krieg's hier nicht weg. Danke. Oder hake es ein, wenn das... Ja, genau. Also wenn es hasst... Ich wollte es halt... Nee, weiter weiter nach links geht es nicht. Dann hakt es nämlich nicht mehr. Das ist das Weiteste. Ist ja auch weit genug. Wer hat denn jetzt hier das... Soll ich alles kommen? Was? Keine Ahnung. Das muss für alleine weggegangen sein. Ja, ja. Alles klar. Der Zauberer hat er wirklich mit die Meisterarbeit. Er springt da aber eh wieder gegen die Wand. Nee. Also ich bin noch nicht bis rüber gekommen. Stehst du noch auf Just Chatting, Ben? Kann das sein? Will ich das noch? Eigentlich nicht. Bin ich hier auf Aktualisieren gedrückt? Keine Ahnung. Aber jedenfalls nochmal auf Aktualisieren gedrückt. Hab kurz rausgekappt. Ist das meine ich, ob es bei dir noch steht oder ob dich Twitch einfach noch nicht mag? Ich glaube Twitch mag mich einfach nur nicht tatsächlich. Ich kann euch doch in der Zwischen... Soll ich euch dazwischen noch irgendwie eine Planke machen? So machen. Aber du musst ja trotzdem... Aber du musst ja trotzdem schubsen noch, Alter. Nö, muss ja nicht. Das bleibt ja jetzt hier so der Schwung, glaube ich. Lieber eine Planke oder lieber eine Kischt? Lieber eine Planke. Moment. Hey, ich bin drüben. Ausch. Nein. Lumi ist wieder hoch. Lumi hat sich selbst festgebackt. Moment. Ich sehe hier erstmal jetzt nix mehr. Ich kann hier noch ein paar Sachen runterschieben. Ich weiß nicht, ob ihr die verbraucht. Ist er eigentlich kaputt machen? Oh, das kann ich kaputt machen. Ah, guck mal, inah. Das ist vielleicht einfacher für euch rüber zu kommen. In der Tat. Bin schon da. Ja, ich will dir da was schenken. Hey. What? Ich weiß nicht, ob die Dinger brauchen. Ja, einfach rüber glitscht. Um da rüber zu kommen. Du musst gar nicht wirklich überhaupt irgendwas brauchen. Ich dachte schon, ich habe irgendwelche Psy-Kräfte, weil er hat Lumi das Ding einfach in eine Frau schiebt und zwei Männer. Super. Hä, du hast sie es? Achso. Du hast sie jetzt zwei Männer, aber... War jetzt in real life gedacht. Der Zauberer ist ja auch ein Mann, von daher. Ja, das war ein Mühler aufgedacht. Ich kriege das Ding halt echt für Zauberer, es ist trotzdem ein Mann, auch im Game. Ja, hier ist es glitschig, Leute, hier ist es glitschig. Aber schon, brauche ich mich einfach dafür, die ganzen Kisten. Ich glaube, du musst die Kisten, die wir gerade runtergeholt haben, dahin stapeln. Lumi hat gerade Spaß. Vor allen Dingen, ich komme nicht mehr hoch, weil die eine Kiste hier steht. Okay, wir müssen die Kisten einstapeln, das ist ja in Ordnung. Würde ich vermuten, weil du nicht genug Teile hast. Oder wir müssen auch das wieder mit dem Ding hier oben machen. Ja, Benni. Ich muss aus. Ich bin auch so klug. Und... Zack. Ich bin nicht in den... Das komische Ding reingehört. Oh. Die kann man da einhaken, guck mal. Das ist ja seltsam. Warum kann man nur die da einhaken? Das kann dauern. Warum kann man bei den Metallspitzen deine Sachen nicht einhaken? Aber wir brauchen irgendwie noch mehr. Ne, ich hole ja schon. Ich kann es nur nicht immer da unten runter durchmachen. Aua! Jo, danke. Hm, danke Lumi. Schieb jetzt einfach beide runter damit. Aua! Nee, reicht noch nicht ganz. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt was baue, dann... Nein, du hast hier unten noch welche. Dann musst du mal runtergehen. Da hast du hier unten drei Planken übereinander. Wie wär's, wenn du die nicht übereinander packst? Die rutschen halt runter. Ja, aber die unten drunter brauchst du ja nicht. Oder? Du kannst du einfach einen von diesen Kisten kannst du da reinstecken und die nächste kleine Kiste tust du da hin und dann müsste es sich da halten. Stimmt, du kannst eine Kiste an die Metalldinger hier machen und die nächste Kiste müsste dann dagegen rutschen und müsste sie so blockieren. Ja, das klingt sie nicht. Oder? Ein Stück weiter unten hängen. Ja, genau. Und jetzt kannst du da die Planken dran, dahinter und stapeln. Ja, ja, Moment, Moment. Mach mal an die Nacht. So. Ich glaub, ich hätt den Zauberer nehmen sollen. Ich würd behaupten, du hättest schon längst weitergekonnt. Du hättest bloß oben an das Stachelding dranhaken müssen. Hä? An welches Stachelding? Was da hin und her geschwungen hat. Kann man nicht dranhängen. Sicher? Ja, ich hab da tausendmal das Ding probiert. Geht's jetzt in den Tod? Ja, da geht's in den Tod. Lumi, du darfst. Jetzt ernsthaft? Ja, wir sind ziemlich weit hinten. Vielleicht hab ich uns ein bisschen weit hinten wieder hergestellt. Wieso, äh... Uns weit hinten hergestellt? Das ist halt der letzte... Gibt's da unten nix oder warum seid ihr jetzt tot? Da unten war nur tot. Achso. Ich dachte, ich hätt euch umgezogen. Ähm... Ja, ne, ich bin einfach so gestorben. Da oben gibt's noch was und ich kann das alleine nicht holen, ne? Ja, wir sind ja auf dem Weg. Moment. Ich bin schon fast da. Ich bin schon fast da. Ich bin schon fast da. So... Ups. Okay, dann so geht's los. Danke, genau ins Gesicht, Lumi. Was machst du denn? Hilfe! Hilfe! Ihr habt Spaß, ey. Ihr habt Spaß. Wie cool ist das, Ben? Wie cool ist das denn? Warte, ich schieb dir noch. Ich hol dir noch ein bisschen. Ja, ich mach dir noch ein bisschen. Ja, ich mach dir noch ein bisschen. Ah, spring, Benni! Jetzt, Benni! Benni ist aufgar. Benni ist aufgar. Ja, weil du gerade auf der Kiste standst und... Aber die waren niemals hoch genug. Ja, aber du hättest von der Kiste aus springen können. Ja, ich springe doch gar nicht so hoch. Ja, ich hab' mitgebaut. Du warst bei uns, warst du auf der Kiste. Ich, Ehe! Ich war ja auch auf der Kiste, aber die Kiste war nicht hoch genug, um dann da hoch zu springen. Ach, ja. Ich... Ich hab' mitgebaut, wie du das drauflegen können. Oh, Scheiße. Ich bin tot. Nein! Ich bin nicht tot! Ich bin auch gestorben. Spring nach Out and Open is the Checkpoint. Und oben sind Spikes und rechts das Gas, also pass auf. Spring! Ich bin auch... Und spring! Ich bin auch... Ich bin auch... Ich bin auch... Spring! Wenn du am Leben bist! Spring! Oh! Ah, cool! Nein! Ich bin tot! Nein! Ich bin nicht tot! Ich leb' ja noch! Hilfe! Ich hör's, dass es oben kämpft und ich bin leider nicht krise. Die sind weit weit weg. Uff! Man könnte meinen, dass es Dota... Das ist viel schlimmer als Dota. Wieso können wir meinen, dass es Dota? Ich meine Panikmomenten. Achso. Du wirst immer Panikmomente bei Spielen. Das stimmt. Guck mal, ich kann mit dem normalen Schild nicht blocken. Da oben ist noch was. Da oben ist noch was. Ja, aber ich komm da hin. Ja. So stark kann ich nicht klettern. Also da... So... Ne? Ich hab keine Spikes. Ich hab keine Bergsteigerstiefel. Kurz vorm Verrecken wieder. Ist da oben noch was? Weiß ich nicht, ob da rechts noch was ist. Ich seh das halt immer nicht.